Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu Game of Nerds, eurem Game of Thrones, House of the Dragon und bald wieder Rings of Power Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Meester Chris und mit mir dabei frisch aus der Sommerfrische zurück, das sind Marilio Michael. Ich grüße dich, hallo. Hallihallo. Ja, wir besprechen etwas verspätet, dafür musst du gleich Abbitte leisten, weil du immer in Urlaubsgebiete gefährst, die einfach irgendwie kein Internet zu haben scheinen. Besprechen wir also jetzt mit 14 Tagen Verspätung die letzte Folge der zweiten Staffel von House of the Dragon. Das ist ja irgendwie so wie die Zeitung von gestern, oder? Man muss sagen, uns hört man ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt passend immer zu dem, wenn es rauskommt. Die Hörer würden sich es wahrscheinlich wünschen, dass wir es passend rausbringen, aber wir sind ja auch gerne sowas, was man nachhört. Wo man sagt, ah, bin ich noch nicht zugekommen, habe ich jetzt gesehen und jetzt höre ich eurem Podcast nach. Kriegen wir jedenfalls immer bei Star Trek uns so zu hören. Und ich denke, hier ist es ähnlich, deshalb das passt schon irgendwie. Das ist ja auch nicht nur bei Star Trek so, das ist ja auch manchmal, wenn wir wieder über Star Wars reden, wo wir jetzt ja nicht über die zweite Ecolight Staffel reden werden. Weil es die nie geben wird. Weil es die nie geben wird. Dabei kamen sie bei uns gar nicht so schlecht weg. Immer sagen die Leute, ah, ihr seid so böse und so gemein und immer sagt ihr Michaela und keine Ahnung was. Ja, und jetzt waren wir mal bei einer Serie mal nicht so und relativ gnädig und dann wird die einfach abgesetzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ach, ein bisschen schade fand ich es dann schon, weil ich dachte mir, komm, ihr nehmt euch bestimmt so diesen Backlash zu Herzen und dann mit frischem Wind weiter. Aber gut, wir haben ja auch... Dann hätt's auf jeden Fall ne zweite Staffel gegeben. Aber jetzt ist so die Geduld für die Zahlen vielleicht nicht mehr da, weil natürlich werden die hier nie zugeben, dass es aufgrund des Fanbacklashes ist. Aber die Zahlen, die Zugriffszahlen sollen wohl auch nicht die besten nach dem Start gewesen sein. Die Premiere war wohl eines der besten Starts, die es jemals gab. Aber das hat wohl in den Wochen danach sehr stark nachgelassen. Man hätte ja auch schlicht und ergreifend mal das machen können, wie man das so früher bei so Serien gemacht hat. Da haben die erste Staffel einfach nur mal so ein bisschen Geld gekriegt, um mal so zu gucken, ob das überhaupt irgendeine Sau interessiert. Und als es dann lief, dann haben die mehr Geld gekriegt. Irgendwie ist das cleverer, als so 180 Millionen Dollar in acht Folgen oder sechs Folgen zu versenken, um dann zu merken, das war jetzt ein rechter Scheißdreck, den wir da produziert haben. Das funktioniert ja nicht mehr. Du bist ja nicht mehr im analogen Fernsehen, wo man mal reinschaltet und wo Interesse da ist. Wo die Leute auch gar keine Wahl hatten. Klar gab es dann irgendwann mal 100 Sender oder so. Aber hat irgendwer AstroTV geguckt oder RTL 2? Da haben die Leute doch wahrscheinlich eher RTL 2 geguckt. Ey, sag nix gegen meine Einhorn-Unterwäsche. Die ist geweiht vom heiligen Christian. Ja, aber da war es noch so, da konnte man rumspielen. Da haben die auch rumgespielt. Und wenn dann eine Staffel nicht gelaufen ist, dann nach der Folge hat dann irgendwas anderes das wieder gerettet. Aber heute ist es eher so, du brauchst einen richtigen Wumms, um aus der Masse der Serien herauszustechen. Heißt, es wird sau viel Geld in die Hand genommen. Und wenn es dann am Ende das nicht bringt, dann gibt es den Serien auch keine Chance mehr. Ja, früher, ich meine die besten Serien, vor allem auch Sitcoms, so aus den 2000ern und Ende der 90er, die waren ja alle am Anfang nicht gut. Die haben ihre Zuschauerschaft gefunden und dementsprechend haben sie am Ende viel, viel mehr bekommen. Dass dann, keine Ahnung, so eine, dass die Friends-Leute pro Folge 10 Millionen oder so bekommen haben in der Richtung. Heute kriegen die 10 Millionen vorab und dann wird nie wieder was nachgeschrieben. So wie auch Tim Moera Morrison gesagt hat, dass er bisher noch nichts gehört hat, dass er definitiv nicht in dem Mandalorian-Film drin sein wird. Und auch wahrscheinlich erstmal auf alles andere auf Eis gelegt wird, was mit Boba Fett zu tun hat. Ja, herzlich willkommen zu Jedi-Nerds, dem Star-Wars-Podcast hier bei nerdizismus.de. Und ihr merkt schon, wir reden über viele Themen und man kann noch viel, viel mehr vor uns hören. Und aktuell waren wir auch wieder öfter beim Kino. Ja, genau. Du warst im Alien-Romulus, ne? Das war jetzt eigentlich die dezente Überleitung in deine kleinen Werbeteile. Aber ja, ich war auch in Alien-Romulus und ja, ich fand den nur so semi. Also im Nachhinein muss ich sagen, ich habe mir meinen Podcast letzten Sommer angehört, ich war zu nett. Aber egal. Ja, genau. Diesen Podcast kann man sich nämlich ganz nett auch auf nerdizismus.de anschauen, dann anhören, ansehen, durchlesen, was immer ihr wollt. Denn da findet ihr alle unsere Folgen, alle unsere Artikel, alle unsere Ergüsse, die wir in den letzten zehn Jahren von uns gebracht haben. Und das Wichtige ist, wenn ihr auf nerdizismus.de geht, dann seht ihr da mehrere Feedback-Buttons. Einen Link, einen grünen Button, da klickt ihr drauf und dann könnt ihr uns nämlich euer Feedback geben, was wir dann vielleicht auch in diese Sendung mit reinbringen. Zum Beispiel per WhatsApp an die 01725 9647709. Auch gerne als Sprachnachricht, wenn ihr möchtet. Oder ihr schreibt uns klassisch eine Mail, das machen so die meisten an info.nerdizismus.de oder diskutiert fleißig mit auf nerdizismus.de slash Discord, unserem Discord-Service. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen bei Podcast Addict, bei Spotify, wo ihr übrigens jetzt auch kommentieren könnt. Ihr könnt bei Spotify jetzt auch kommentieren, also haut da auch gerne in die Tasten. Und natürlich bei iTunes, da freuen wir uns über fünf Sterne oder auch nur einen, aber wenn ihr einen macht, dann bitte schreibt doch mal ganz konkret dazu, was euch nicht gefällt. Denn sonst können wir uns ja nicht verbessern. Eine kleine neutrale Mail haben wir auch gekriegt von der, ich schätze mal, von der lieben Xandra. Sie schreibt uns, hi Chris, hi Michael, wieder mal eine tolle Sendung, danke euch. Das bezieht sich auf unseren Deadpool Wolverine Podcast. Ja, ihr kritisiert wie immer ordentlich, aber ihr mault nicht nur über die Sachen, wie es in einem anderen Podcast üblich ist. Okay, dankeschön. Da kann man es kaum noch ertragen, so wird es einem wirklich nicht leicht gemacht, etwas zu genießen. Aber wie gesagt, ihr habt ein gutes Maß zwischen Filmliebe und Kritik und wenn was wirklich scheiße ist, dann darf man das auch sagen. So, ja, so, so sieht es nämlich aus. Das muss man doch noch mal sagen dürfen. Ja, mein Dank, ja. Doch, du darfst alles sagen. Du musst halt nur damit leben, dass andere das halt scheiße finden, was du sagst. Genau. Und halt heutzutage dir das ins Gesicht sagen. Warum ich aber eigentlich schreibe, als ihr die Rollen des Matthew McFadden, ich glaube, der hat in, jetzt muss ich gerade mal gucken, ach so, ja, genau, das war der, jetzt fällt mir nur der Morbius ein. Wie hieß er noch mal bei, nicht Morbius, der andere bei Deadpool. Ach so. Infinity, nee, wie hieß er? Ja, der, ah, wie heißt er, was hat er noch mal? Paradox. Ja, ja, Paradox. Mr. Paradox, genau. Hieß der Paradox? Habe ich jetzt gerade, ja, war das Paradox? Ja, okay, genau. Okay. Stand ich mit AirPods in der Küche und rief immer, Ripper Street, Ripper Street, nun wirklich eine tolle Serie, falls ihr sie nicht kennt, sehenswert. Also auf jeden Fall habt ihr den Menschen um mich herum und natürlich auch mit einem sehr witzigen Moment beschert. Liebe Grüße und weiter so, dat ex. Ja, Ripper Street, kenne ich nicht. Kennst du die Serie? Nee, das sagt mir gar nicht. Ich glaube, ich habe irgendwas mal gehört, aber das ist so ein, wir sind ja in Genredingen drin, aber das ist so ein Genreding. Also ich schlag's mal, es gibt schon fünf Staffeln, scheint so eine, keine Ahnung, 1920er Setting zu sein, so aus den ersten, nee, spielt 1898. Sechs Monate seit dem letzten Mord von Jack Ripper sind vergangen, nun geschehen erneut Morde, die die Handschrift von Jack Ripper tragen. Inspektor Edmund Reed und seine Kollegen Sergeant Bennett Drake und Captain Homer Jackson gründen die Age Division und versuchen alles, die Morde aufzuklären. Aha. Und die Serie läuft hier in Deutschland auf RTL Crime. Das hat ja jeder von uns, ja. Wenn ich an RTL denke, dann denke ich halt ehrlich gesagt jetzt nur wieder an Dschungelcamp. Mein Gott, ist das wieder geil. Ohne Scheiß, ich war ja wirklich extrem skeptisch, ob dieser Sommeredition aus Südafrika, aber die liefern ab, die Legenden. Das nur mal so am Rande. Hab ich noch nicht mal ansatzweise mitbekommen. Ja, natürlich nicht, du bist ja auch ein Kreddeng, was das angeht. Also da gibt's fünf Staffeln von und jede Folge hat ungefähr so, jede Staffel hat so sechs Folgen. Das könnte vielleicht, also vielleicht. Vom Sommerdschungelcamp oder was? Nee, jetzt von Ripper Street, ja. Vom Dschungelcamp, das ist, ich war wirklich skeptisch, dass das zwei Mal im Jahr kommt, aber bisher, ja. Die liefern ab und liebe Hörer, ne, ich verzichte jetzt gerade für euch, muss das jetzt nachgucken. Die WhatsApp-Gruppe wird glühen ohne meine Kommentare. Ich darf nicht reingucken, sonst werde ich gespoilert, weil ich jetzt mit euch heute Abend hier diesen leckeren Podcast für eure Ohren auflege. Ach, das läuft ja sogar heute. Ja, sicher, ja, sicher. Ist das so ein tägliches Ding wieder? Ja, ja, aber diesmal ist es nicht live, wie aus Australien sind es immer, sondern diesmal ist es halt, das ist glaube ich schon vor drei, vier Wochen beendet worden oder sowas. Da hatte ich so ein bisschen die Sorge, ob das dann nicht so uncool wird, wenn das halt nicht mehr live ist. Aber nö, das macht RTL ehrlich gesagt ganz gut. Von daher, ich habe meinen Spaß und die liefern einfach nach. Aber wie wird denn dann der Dschungelkönig bestimmt? Ja, das ist ehrlich gesagt diesmal einiges anders. Es gibt kein Zuschauer-Voting mehr, sondern die Stars mit großen Anführungszeichen, die müssen sich jetzt immer so gegenseitig nominieren, was natürlich der Stimmung im Camp, ja, natürlich ungeahnte Höhen, in ungeahnte Höhen bringt. Und das ist schon mal ein ganz guter Move und ja, dann hast du natürlich hier die Crème des Trash-TV drin, die, naja, also muss man schon ehrlich gesagt großenteils sagen abliefern. Jetzt haben sie einen rausgewählt, den David Ortega, weil keine Ahnung, an welcher Ecke der falsch abgebogen ist und haben dann halt mit Elena Miras da wieder eine Riesenzicker reingesteckt, also wunderbar. Ich kenne da keinen von dir. Ey, jetzt musst du auch gar nicht, es ist auch nicht schlimm, also von daher, die meisten, da sind auch welche drin, wo du sagst so, wann, wer denn da, ach, wann war der denn da, ach, 2016, ach guck, ach, der ist sogar Zweiter geworden und nicht mal dann kannst du dich an die Person erinnern, also. Achso, obwohl, ich gucke mir gerade mal an, was ist das, blablabla, na klar, wie war Mola di Bisi, ja klar, kenne ich. Genau, ich wollte gerade sagen, Mola kennst du, Julia Siegel kennst du eigentlich auch, Thorsten Legert kennst du. Ja, ja, okay, also die haben die alten nochmal alle wieder zurückgezogen. Ja eben, das ist, das ist die Legende, die waren auch alle schon mal drin und von daher ist das ehrlich gesagt ein großes Ding. Ich würde ja, also wenn das nicht so zeitaufwendig wäre, hätte ich da wirklich Bock, auch mal gerne einen regelmäßigen Podcast zuzumachen, aber das kann ich mit dir, also höchstens, ich mache es mit dir, als, aber da müsstest du es halt wirklich jeden Abend durchziehen, ne, und dann müssen wir morgens um sieben, morgens um sieben, oder am besten danach noch. Ja, weil das ist halt wirklich was, das ist dann schon einen Tag später ist die Folge schlecht. Also das hörst du auch nicht mehr nach, ne, das liegt natürlich von der Aktualität. Was ich da viel mehr empfehlen kann, wo jetzt heute die neuen Kandidaten vorgestellt worden sind, für die neue Staffel 7 vs. Wild, das hat ja auch mal ein bisschen noch was Trashiges, weil da so ein paar YouTuber dazwischen sind, aber ansonsten ist das unterhaltsamer, also das ist das Niveaujob im Dschungelcamp. Das weißt du ja gar nicht, du hast das andere Dschungelcamp noch nicht geguckt, und wenn es Niveau hat, dann ist es ja kein Dschungelcamp. Bei den Anfangszeiten habe ich es doch auch geguckt, wie alle, wie Big Brother habe ich auch den Dschungelcamp am Anfang geguckt, und dann hatte ich keinen Bock mehr. Dann ist es ja langweilig, wenn es Niveau hat. So, eine Viertelstunde im Podcast, noch nicht einmal über die Folge gesprochen, ihr wisst, was das heißt. Das Ende war so der Fernseher, die Sendung war vorbei, das war einfach Nerd Girl und ich saßen irgendwie so ein bisschen vorm Fernseher so, aha, ging es dir auch so? Ich habe es schon halb vermutet. Ich habe es, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, dass die in diesem Finale ganz schön viel reißen müssen, um zu den großen Schlachten zu kommen. Sie sind sich aber treu geblieben und haben es nicht gemacht und sind in ihrem weiteren Tempo weitergegangen. Dann hätte ich auch das letzte Mal schon sagen können, dass das Finale nicht viel an Action, beziehungsweise gar nichts an Action bieten wird. Es ist so nicht eine Füller-Episode, es ist aber ein sehr leerer Cliffhanger, der eigentlich so eine, wenn wir die zehn Folgen gehabt hätten, das wäre so eine siebte Folge gewesen. Ja, ganz genau, exakt. Das war irgendwie kein, also dass da jetzt nicht nochmal eine riesen Schlacht kommt und so, ja, aber das, eigentlich war das Visual in der Folge davor, als Rhaenyra die Drachen hat, das war das Ende der Staffel. Ja, so ein bisschen. Das Problem war, ich glaube, die Pandemie war mal wieder schuld. Nee, gar nicht, die Streiks. Die Streiks waren vom letzten Jahr, glaube ich, schuld, dass die nicht, dass sie nur acht Episoden gemacht haben. Budget, Pandemie, Streiks, es gab ein paar Gründe, warum die diese Folge, diese Staffel nur acht gemacht haben und dann hat HBO, glaube ich, auch Warner, hat weiterhin den roten Stift überall angesetzt. Ich glaube, House of the Dragon war auch nicht ganz verschont geblieben davon. Also, wir sehen es wie bei Acolytes und wie hier, der Rotstift wird überall angesetzt, selbst bei so Blockbustern wie House of the Dragon. Ja, offensichtlich. Und da, es war jetzt ja jetzt kein Schrott, ne, aber es hat sich auch ein bisschen in den Rotten Tomatoes niedergeschlagen. Da ist der Audience-Score dann doch nochmal auf 74 runtergedroppt. Das finde ich ein bisschen hart, um ehrlich zu sein. Das, ja, also, das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, aber ich glaube, da hat die erste, die letzte Folge einfach irgendwie nicht so, nicht so abgeliefert. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Aber gut, fangen wir an. Eine Sache, und das war so, kennst du ja dieses, mit dieses GIF, ne, dieses, dieses Mindblowing-GIF so. Das stellt ihr euch jetzt mal vor. Und dann könnt ihr natürlich jetzt auch sagen, ja, Alter, machen die hier Nerd-Podcasts und dann braucht ihr ja literally zehn Jahre dafür, um draufzukommen. Aber ich mir war nicht bewusst, dass Westeros einfach nur England auf den Kopf gestellt ist und Irland unten dran geklatscht. Das hatte ich auch nicht im Kopf. Also, ja, klar hat der sich, hat Joshua Martin sich am Krieg der Rosen da inspirieren lassen, aber der war ja eher auf dem europäischen Festland unterwegs. Soweit ich das im Kopf habe. Also, es ist mehr oder weniger die Großbritannien auf den Kopf gestellt und Irland dann unten dran geklatscht. Dann hast du ungefähr Westeros. Und vielleicht sollten wir in der nächsten Staffel auch nochmal ein bisschen mehr mit den Karten arbeiten, weil wir ja doch einmal gesagt haben, wir können die so schnell sein und so weiter. Und hier haben wir jetzt ja auch wieder so ein paar Geschichten und dann ist uns ja aufgefallen, dass eben die Stepstones und Dragonstone halt doch nicht so weit auseinander liegen. Vielleicht hilft uns das beim nächsten Mal. Aber gut, also, wir steigen ein. Rhaenyra hat jetzt viele Drachen. Der Ulf hat auch einen zum Rumspielen. Und, ja, der Eamon, der weiß das jetzt auch und der ist ziemlich sauer und legt erstmal eine Küstenstadt in Schutt und Asche und riegelt King's Landing jetzt halt auch zur See hin ab, was extrem unklug ist, weil zum Land hin ist sie ja schon abgeriegelt. Und das kleine Volk hat jetzt noch weniger zu fressen. Und ich würde mal sagen, damit ist der Villain-Arc von Eamon jetzt auch full circle, oder? Ja, ich meine, man sieht es ja auch allein in dieser Folge, wie die Ratten das sinkende Schiff verlassen. Auch wenn Aegon mit dem Meister und unserem Heer, der Geflüster abhaut, da ist nicht mehr viel in King's Landing zu tun. Und Eamon, der rennt das Ganze in Grund und Boden. Ich hatte ja am Anfang, wenn ich jetzt nur die Serie geguckt hätte, wäre ich ja am Anfang der Staffel 2 so Team Eamon gewesen. Weil klar musste der, hat ja ein paar haschige Sachen gemacht, aber er war auch einer derjenigen, der Underdogs, der hat sein Auge verloren, der hat aber trotzdem geschafft, den mächtigsten Drachen in Westeros für sich zu gewinnen, hat es geschafft, seinen Bruder quasi vom Thron zu drängen, indem er ihn verletzt hat und trotzdem verhält er sich wie so ein kleines Baby dabei. Man hätte ihm aus Sicht der Serie mehr zugetraut, als er das dann doch am Ende bringt, was sehr, sehr schade ist. Aber wie wir wissen, jede Aktion in der Game of Thrones Welt wird prompt mit einer Reaktion belohnt. Und das sieht er ja so langsam auf sich zukommen. Ja, und wie du es gerade eben gesagt hast, der Larys, der muss handeln, der Aegon muss weg, weil ich meine, ganz ehrlich, wenn er den Aegon nicht weggeschafft hätte, dann wäre er doch bald unter einem Kissen geendet. Wahrscheinlich, ganz sicher. Es ist interessant, es ist glaube ich noch ein bisschen anders als im Buch, ich habe es jetzt gerade nicht direkt vor mir liegen. Die fliehen aus anderen Gründen, aus King's Landing, aber hier bezieht man es ja doch ganz stark auf die Gefahr durch Aemond und dass man den König am Leben erhalten möchte oder den wahren König. Okay. Ja, ganz ehrlich, so viel ist in dieser Folge auch in Team Grün gar nicht mehr. Wir sehen dann später nochmal Alicent, das machen wir dann aber gleich nochmal gesondert. Und da würde ich sagen, hüpfen wir doch gleich mal zu Rhaenyra, die hat jetzt drei neue Drachenreiter, die... Wir könnten eigentlich noch einen anderen Punkt nehmen, Team Grün ist ja weiterhin in Essos unterwegs und muss sich mit Frauen im Schlamm schlagen. Ja, können wir gerne zuspringen, hatte ich später auf meiner Liste. Da können wir übrigens dann nochmal den, dann machen wir das eben. Also der Team Grün schickt also Tylan Lannister, gespielt von Jefferson Hall nach Essos und Jefferson Hall hat eine interessante Historie. Zum einen hat er in der ersten Staffel von House of the Dragon seinen Zwillingsbruder, also sich selber gespielt, nämlich den Jason Lannister. Ja. Und er hat in Game of Thrones in ein oder zwei Folgen in der ersten Staffel mitgespielt, da war er der Sir Yu vom Grünen Tal. Der ist aber dann dem, dem, dem Klegan zum Opfer gefallen. Ja, bei dem Turnier, ne? Genau, bei dem Turnier, ganz genau. Ja. Richtig, ja. Ja, der muss die Triarchie akquirieren und im Buch ist das, soweit ich weiß, eigentlich einfach nur, hier ist eine Shitload of Money, jetzt arbeitet für uns, hier ist ein bisschen schwieriger. Ja, das wäre jetzt so ein bisschen auch meine Kritik an der Serie. Ich meine, ich hab's eben schon gesagt, die hat, die lassen sich Zeit, was einerseits gut für den Aufbau ist, weil, wenn wir von Action-Szene zu Action-Szene springen, dann sind wir am Ende wieder bei Staffel 7 und 8 von Game of Thrones angelangt. Wir haben ja schon die letzten Male gesagt, dass uns eigentlich dieser, das ganz gut gefällt, wie Skada aufgebaut wird. Andererseits ist es das hier eher wieder die Dorn-Geschichte, die wir sonst in Game of Thrones hatten. Das ist so ein Nebenplot, der jetzt nicht komplett nervt wie Dorn, aber der eigentlich auch nichts dem Ganzen bringt. Also die Triarchie wird hier nochmal ein bisschen personifiziert in die sehr namengesichtslose Armee aus Essos, die auch noch in einem großen Kampf da später eine Rolle spielen wird. Aber ich finde, es glückt nicht ganz, auch mit dem Wissen, was auf die Triarchie noch zukommt, weil sie schreiben hier was rein, was nur wenig Basis in den Büchern hat. Und das fühlt sich doch deutlich stärker als alles andere wie Füllermaterial an. Es sind ein paar lustige Szenen und es ist ganz nett, das zu sehen. Aber sie bringen der Gesamtstory auch hier, wenn man es rein aus Seriensicht sieht, wenig. Weil wir neue Charaktere kennenlernen, die jetzt natürlich ihren Soll erfüllen müssen, aber wo es einfach nur eine Nebenbeschäftigung ist. Also der hätte auch, wie gesagt, allein für, wie du es gerade schon gesagt hast, einfach nur einen Sack Geld hinlegen können und dann hätten die das Ganze für sich. Dann hätten die Leute sich wahrscheinlich beschwert, dass die weiterhin so gesichtlos gewesen wären, wie in der letzten Staffel, dieser Crab Eater oder wie der hieß. Da haben sie es versucht, glaube ich, noch mal ein bisschen auszufüllen. Und dieses Füllermaterial, das kritisiere ich etwas, weil damit wird die Serie ein wenig künstlich in die Länge gezogen. Ich glaube, es ist aktuell sowieso nur geplant, maximal vier oder fünf Staffeln zu bekommen. Vier Staffeln. Ja, vier Staffeln. Was ich nachvollziehen kann. Also wenn man es richtig tight gemacht hätte, dann wären wir wahrscheinlich in zwei, drei Staffeln schon durch. Und ja, wahrscheinlich kommt einiges noch an Füllermaterial in den nächsten Staffeln auf uns zu. Vielleicht ist es auch eine Budgetsache, warum sie es gemacht haben. Ich weiß es nicht ganz genau. Naja, zumindest haben sie für die Rolle von Admiralin Sharako Yoha eine interessante Schauspielerin gewinnen können, beziehungsweise eigentlich sogar eine YouTuberin. Denn Abigail Thorn ist eine durchaus große YouTuberin, die einen Philosophie-YouTube-Channel betreibt, nämlich Philosophy Tube. Und die hat, ich habe es vorher noch mal nachgeguckt, 1,2 Millionen Abonnenten, ist selber trans, engagiert sich auch massiv in der LGBTQ-Community, aber da auch als streitbarer Geist. Also keine von denen, die so alles abnickt, nur weil irgendwie LGBTQ draufsteht. Legt sich auch gerne mal mit dem einen oder anderen an. Ist nicht nur durch den YouTube-Channel sehr bekannt geworden, sondern weil sie eben auch ihr Coming Out so sehr prominent begleitet hat, als Transperson. Und wir haben sie auch gerade vor ein paar Wochen schon mal gesehen, nämlich in die Acolyte. Deswegen wollte ich eigentlich an der Stelle so ein bisschen den Bogen zur Acolyte schlagen. Allerdings muss sie dir da nicht aufgefallen sein, denn sie war einfach die dritte Hexe von hinten links. Also die hat vielleicht einen Satz gesagt oder so, mehr nicht. Aber sie ist, wie gesagt, auch auf Twitch, habe ich da noch mal geguckt, auch über 25.000 Follower. Also das wird, glaube ich, jetzt immer ein bisschen mehr kommen, dass jetzt vielleicht auch Menschen, ich meine, sie macht das ja gut, das ist ja ein bisschen auf leicht angelegte Rolle. Und da muss man sagen, hey, das passt. Und ich fand auch die Chemie zwischen denen so, dass das war okay, aber ich bin völlig bei dir. Es gibt eigentlich wichtigere Dinge zu erzählen als das. Genau, ja, das ist ein Nebenschauplatz, der, ich habe es ja gerade schon mehrmals gesagt, der nicht zu der Story groß beibringt, außer dass wir den Lannister-Typen noch ein bisschen näher kennenlernen. Aber das war es auch schon. Also das ist ein Füller-Material. Und während ich die Folge geschaut habe im Urlaub, dachte ich, okay, gehen sie jetzt auf diesen einen Punkt in dieser Folge noch, wird das noch passieren? Und dann wurde die Story immer weiter nur in einzelnen Phasen erzählt, was, glaube ich, hat man fast gar nicht in dem Buch da irgendwie lesen können. Und dann dachte ich mir, okay, ja, wenn sie jetzt wirklich noch zu den gewissen Punkten kommen wollen würden, dann müsste diese Folge drei Stunden sein, haben sie wohl nicht gemacht, hatten sie kein Budget mehr für die große Schlacht. Ja, dann ist vielleicht das der große Auftakt. Also, wenn wir schon ein bisschen bei Nebenkriegsschauplätzen sind, dann packen wir die eben auch noch rein. Drei Drachenreiter haben wir schon gesehen. Der vierte wird uns am Ende gezeigt, nämlich Bela findet dann doch Schiebstieler. Ja, hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Eigentlich ist es ein komplett anderer Charakter im Buch. Da haben sie jetzt sie hierfür benutzt. Eigentlich ist sie der andere, der neue Charakter, den wir im Buch sehen würden. Ein Niemand. Klar, noch Verbindungen irgendwie zu Targaryen Blut. Aber das Wichtige für diese Rolle war eigentlich, dass die Person im Buch, die den Drachen reitet, wirklich ein Common Folk ist. Wirklich eine Bürgerin, die nichts mit irgendwem zu tun hat und auch keine große wahnsinnige Abstimmung hat und dementsprechend auch wirklich die Machtverhältnisse in dieser Welt deutlich stärker infrage stellt. Ja, vielleicht, aber ich sage mal so, ja gut, also ich meine, von der Abstammung her ist natürlich jetzt keiner von denen, die da jetzt hüpfen, jetzt so ganz gemeines Volk, aber vom sozialen Status her schon. Ja, aber bei den anderen kann man immer noch sagen, sie haben adeliges Blut und man sieht ihnen auch an, dass sie adeliges Blut haben. Bei der Nessi oder Nessels oder wie es hieß, ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz im Kopf, die war wirklich, da hätte keiner ansatzweise mit gerechnet, dass sie da mit was zu tun hat. Und das zeigt auch die Art und Weise, wie sie im Buch an den Drachen gekommen ist. Genau ähnlich, wie wir es jetzt hier in der Serie sehen, dass sie einfach einen wilden Drachen aufgeschnappt hat, mehr oder weniger, oder dass der Drache sie gewählt hat. Und deshalb ein sehr, ja, wie sagt man, Surprise Player, Surprise, die Wildcard, sagt man. Du sagst nicht im Dschungelkant, der Junge, der ist die Wildcard und die Nessels war entsprechend die Wildcard auch in dem Buch. Nee, das wäre Englisch, mit Englisch haben es die Stars nicht so. Ich sage nur, Sarah Knappig, my air is away. Also von daher, mit Englisch haben sie es nicht so. Gut, also Drachenreiter Nummer vier. Ich war gerade eben schon bei den anderen drei Drachenreitern Ulf, Adam und Yu. Und die machen sich ja in Dragonstone dann doch recht gemütlich. Und ich würde mal sagen, vom Ulf werden wir bestimmt noch das ein oder andere Problemchen kriegen. Der ist ja nicht ganz so einfach zu handhaben. Diese Dragonseed-Sache wird noch einen ganz großen Einfluss auf den restlichen Verlauf des Kriegs haben. Würdest du da sagen, dass die Ulf vs. Jace-Sachen schon so ein bisschen so ein Foreshadowing da drauf ist? Ich bin ja nicht buchwissend. Ein klein wenig, ja. Also man hat hier ganz viele Andeutungen. Vor allem der Ulf, der... Ja, vor allem nicht nur der... Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber die ganze Geschichte wird noch eskalieren zu einem sehr interessanten Zeitpunkt. Und es ist auch sehr spannend, wie das hier in der Serie geschrieben wurde. Weil in der Serie hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass Rhaenyra letztendlich den Dragonseeds gar nicht unaufgeschlossen war und auch die Initiative dafür ergriffen hat. Und in den Büchern war es, glaube ich, eher Jace-Seres. Und Rhaenyra war sehr skeptisch gegenüber diesen Drachenreitern, die nicht eine direkte Abstammung aus der Takerian-Blutlinie haben. Das sieht man immer mehr im Laufe dieses Finales, dass sie auch skeptischer wird denen gegenüber. Aber das wird noch eine richtig große Rolle spielen. Und da spoilere ich fast schon wieder zu viel mit. Naja gut, ohne jetzt rumzuspoilern. Wie gesagt, ich bin ja der Buch... Das Buch ist nicht kundig. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass jemand von der Gesinnung wie so ein Ulf... Bei Adam und Hugh mache ich mir da wenig Sorgen. Wobei Hugh würde mit dem Drachen ganz sicher seine Familie verteidigen gehen, im Zweifel. Adam ist loyal. Er hat ja nicht mehr viel. Die Kinder sind ja... Ist ja nur noch seine Frau da. Ja gut, okay. Aber dann halt seine Frau verteidigen gehen. Und Ulf könnte ich mir halt vorstellen, der könnte sich auch sagen so... Naja, wie so Bronn. Ich bin jetzt hier so eine Gun for hire und ich habe halt sogar eine mächtige Knarre unterm Arsch sitzen. Wer am meisten bietet, kann mich und meinen Drachen haben. So ungefähr. Ja. Ich spekuliere gerne mal. Also das wäre dann so meine Geschichte, wo ich denke, in die Richtung könnte es vielleicht gehen. Gut. Angekommen ist nach drei Folgen dann endlich auch mal das Herr Alfred Ginster. Alle reisen extrem schnell, aber er irgendwie nicht. Der kommt nämlich dann in den Harrenhaltern und sagt dem Dämon doch gleich doch mal, ach, er nennt dich doch selber zum König, da wir einen starken König ja im Krieg brauchen. Aber der Simon Kraft, der Strong, der hört das mit und der verpetzt das ja dann Gott sei Dank doch per Raben dann an die Rhaenyra. Und die macht sich dann gleich mal auf nach Harrenhal. Zu Recht. Ich meine, sie hat Damon relativ freie Hand gelassen. Und jetzt, wo sie mitbekommt, dass Damon da doch schon sich eine Armee aufbaut und wo die Hoffnung wieder bei ihr da ist, muss ich ihn jetzt etwas eher wieder einfangen. Und speaking of Damon, jetzt kommen wir zu dem sozusagen, zum Highlight dieser Folge, in das ja unzählige YouTube-Kanäle haben sich gegründet, nur um die Vision von Damon zu analysieren und ihre Auswirkungen auf das Game of Thrones-Universum. Bevor wir mal dazu kommen, gab es etwas und das ist, glaube ich, weil es auch ein bisschen dunkel war und je nachdem, wie man die Folge geguckt hat, wenn man es vielleicht nur auf dem Tablet geschaut hat oder auf dem Handy, dann könnte einem kurz vor dieser Vision am Wehrholzbaum eine Gestalt aufgefallen sein. Oder halt eben auch nicht. Ist sie dir aufgefallen? Nee, wir konnten es auch nur auf dem Tablet schauen und zum Glück konnte ich es irgendwie runterladen, weil, du hast es eben schon angedeutet, das Internet war wirklich katastrophal. Also Bayern möchte ich nicht leben in der Wildnis, weil da ist ja immer nur Scheiß-Internet. Ja, das heißt ja auch Laptop und Lederhose und eine Tablet und Lederhose. Also ich bitte dich, ja? Da musst du dich auch mal dran halten. Nein, bevor der Damon also auf die Alice trifft, am Wehrholzbaum, sieht er eine gedrungene, grüne, gehörnte Gestalt. Und jetzt muss ich mal den Silmarillion-Mäste in dir fragen, könnte das einer von den Green Man sein? Das könnte in die Richtung gehen. Ich habe mich bei der Vision nur auf gewisse Sachen da konzentriert. Das war nicht Teil der Vision. Der hüpfte physisch darum. Ganz kurz. War nicht Teil der Vision. Ja, sie sieht ein bisschen aus wie Children of the Forest. Die haben wir ja bei Game of Thrones kennengelernt, diese mystischen Waldwesen. Diese mystischen Waldwesen. Hier soll es allerdings, so schreit das Internet, einer Green Man sein. Weißt du zufällig aus dem Kopf, was die Green Man sind? Also die grünen Männer. Die Legende besagt, wenn wir ganz, ganz, ganz viele tausende Jahre zurückgehen, was ja auch sowieso in diesen Fantasy-Geschichten immer spannend ist, wir können so gerade mal zweieinhalbtausend Jahre zurückblicken, vielleicht noch in die Welt der Ägypter und haben da wirklich auch nur die vageste Idee von noch nicht mal von den Schriften. Und in diesen ganzen Fantasy-Welten haben wir sogar richtige Schriftstücke aus diesen Erzählungen. Auf jeden Fall sagt die Legende, dass als die ersten Männer auf die Children of the Forest, die Kinder des Waldes getroffen sind, nachdem die nach Westeros gekommen sind und die lange Jahre starke Konflikte hatten, haben die irgendwann gesagt, okay, bringt nichts mehr, uns so zu bekriegen. Und haben einen Pakt geschürt, dass die sich das Land so ein bisschen aufteilen und dass die nicht mehr diese Weirwood-Trees, die Teil der Children of the Forest waren, der Kultur, dass sie die nicht mehr fällen. Und um dieses durchzusetzen, wurde The Order of the Green Man gegründet. Und die sollen nach der Legende des Old Nan, also die Geschichtenerzählerin, die das als Arya und so am Anfang der ersten Staffel in Winterfell erzählt hat, sollen manche wohl grüne Männer auf Elchen gewesen sein und manchmal sollen sie auch selber Geweihe gehabt haben. Deshalb, es ist sehr, da muss man schon lange, lange, lange zurückgehen und da hat George H. Martin auch gar nicht so viel zu geschrieben, was ich weiterhin clever finde, weil es so viel Potenzial gibt, da einfach in Geschichte rein zu interpretieren. Und das mag ich und das machte ich auch beim Simaureon. Also könnte man schon so ein bisschen sagen, dass diese Wehrholzbäume zumindest hier, weil Helena kommt ja jetzt auch dazu und wir haben ja schon zwei, dreimal darüber gesprochen, dass Helena eigentlich viel früher ja seerische Fähigkeiten hat. Die sind schon so ein bisschen, also so ein bisschen der Palantir im Game of Thrones-Universum. Vielleicht nicht, um mit jemandem zu kommunizieren, aber um zumindest so Visionen über die Zukunft sich reinzuholen. Definitiv. Jetzt schlagt mich tot, wenn ich es auch nicht mehr ganz so zusammenbekomme. In den Büchern, in den klassischen Game of Thrones-Büchern in der Reihe, ist es nicht so, dass Bran in seinen Visionen auch von Baum zu Baum hüpft oder bei der Three-Eyed Raven die Möglichkeit hat, das durch andere Bäume, die Ferne zu sehen? Ja, gut, er kann ja, glaube ich, kann er auch wagen. Das war ja auch so eine Fähigkeit, die mal so vorkam, um danach nie wieder vorzukommen. Das weiß ich gerade. Ich glaube, er kann das auch. Aber ja, im Grunde genommen hat er die Wehrholzbäume dafür auch benutzt, ja. Ja, genau. Ja, also die Alice, die sagt, dem Damon wäre jetzt bereit für seine magische Seite sozusagen. Aber sie sagt immer auch klipp und klar, am Ende bist auch du nur eine Figur auf dem Schachbrett und ganz sicher nicht der König oder bestenfalls der Springer. Und dann sehen wir eben diese Damon-Vision. Wir sehen den dreieurigen Graben aus Game of Thrones. Wir sehen, wie Damon im See ertrinkt. Wir sehen White Walker. Wir sehen den roten Kometen. Wir sehen Dany und ihre drei Drachen. Rhaenyra auf dem Thron. Und eine Helena, die ihm sagt, sie wisse jetzt, was seine Rolle ist. Ja. Und da war natürlich das Internet, wie gesagt, ist explodiert, ob, dass man da jetzt halt auch Daenerys und ihre drei Drachen sieht und die White Walker wieder und so weiter. Am Ende des Tages war es eigentlich nur so ein bisschen so ein, der, ja, vielleicht so der hoffnungsvolle Ausblick von einem Targaryen zum nächsten, dass halt auch irgendwann mal, dass die Targaryens halt nicht untergehen werden. Irgendwie sowas in der Art. So habe ich es für mich gedeutet. Ja, es ist eher bezogen auf die Legende vom Ice and Fire, dass er sieht, welche Rolle das Ganze hat oder welche Rolle die Targaryens in dieser Welt spielen. Was ja Viserys wusste und dann Rhaenyra weitergegeben hat. Und jetzt sieht er auch, dass es da viel größere Konflikte gibt, die auf einen zukommen, als er es bisher erahnt hat. Und das ist, also wenn wir jetzt auf die Konsequenzen von der ganzen Vision eingehen und von seiner, von seinem Leiden in Harrenhal, ist es ja auch nicht ganz, dass er jetzt sagt, ich möchte trotzdem noch König sein, sondern so ein bisschen den Schwanz einzieht und sagt, okay, habe ich vielleicht keinen Bock, jetzt diese Verantwortung zu übernehmen. Das ist mir vielleicht doch eine Runde zu groß. Naja, die Frage ist ja, hat er jetzt wirklich diese Vision gebraucht, um seinen Anspruch runterzuschrauben oder hätte er das eigentlich sowieso gemacht? Ich würde sagen, er hätte es sowieso gemacht. Er war noch in dieser Entscheidungsphase. Ich glaube, er war noch in dieser Entscheidungsphase. Okay, von mir aus war er noch ein bisschen in der Entscheidungsphase, aber ich sag mal so, mit seiner Autorität war es ja jetzt nicht so weit her. Ja, das stimmt, aber er ist ja sowieso ein sehr dickköpfiger Mensch und ein sehr dickköpfiger Targaryen. Ob er vielleicht nicht doch seinen Anspruch auf den Thron durchgesetzt hätte, das wäre noch wieder die nächste Frage. Aber vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz auf die Vision selbst ein. Sehr gerne. Die steht ja letztendlich nur aus ein paar Szenen. Er fasst den Baum an. Er sieht, ja, was sieht er dann? Er sieht die White Walkers, er sieht die Armee der White Walkers, er sieht den Three-Eyed Raven, er sieht die Drachen, wie sie am Boden liegen, wo man auch denken könnte, dass das war vielleicht, nee, das ist, ich glaube, das wird als Blackfire Rebellion für die Blackfire Rebellion ein Teaser. Weil nach dem Dance of the Dragons, nach diesem Civil War, ist es noch nicht ganz vorbei mit den Targaryens. Es gibt noch eine Geschichte danach und es gibt auch noch ein paar Drachen. Nicht alle Drachen überleben, aber die wären halt kränklich und am Ende wirklich besiegeln die Targaryen ihr eigenes Todesurteil. Wir sehen einen Menschen, der wahrscheinlich eine, nicht ganz eine Premiere für Game of Thrones ist, weil wir ihn eventuell schon in Game of Thrones selber gesehen haben. Das könnte nämlich Branton Rivers sein, der dann in Game of Thrones von Branton auch als Three-Eyed Raven, Max von Cito, glaube ich, gespielt, dass er ihn trifft. Der hat nämlich eine sehr wichtige Geschichte bei den Targaryens, das ist auch quasi in der Rebellion, die dann später noch stattfindet, in so einem kleinen Civil War. Der hat nämlich dafür verantwortlich, dass vieles davon am Ende sein Ende findet und ein Frieden stattfindet und er wird als Dank dafür in dieser tumultigen Zeit einerseits Hand des Königs und das spielt schon viele Jahrzehnte nach der Dance of the Dragons, nach diesem Civil War wird das stattfinden, aber er ist auch einer derjenigen, der an die Mauer geschickt wird, so fähig ist, dass er zum Lord Commander wird und dann aber mysteriöserweise bei einem Trip in den Norden verschollen geht, also vermisst wird und nicht wieder auftaucht. Und man vermutet, dass er am Ende, nämlich dieses Three-Eyed Raven, wird den Bran dann in Game of Thrones oder in den Büchern später trifft. Oh, okay. Da ist natürlich eine ganze Menge drin. Da ist aber vor allem auch drin, und das hat ja, ich weiß natürlich nicht, ob diese Vision so im Buch ist, aber damit ist ja ehrlich gesagt das ganze Universum von Game of Thrones ein extremst deterministisches und im Grunde genommen kannst du dich zurücklehnen, jetzt ab jetzt gar nichts mehr machen, weil ist ja sowieso alles vorherbestimmt. Naja, ist es so, weil du dich zurücklehnen kannst und dich dann nichts machst oder ist es so, weil alle deine Handlungen genau zu diesem Ereignis führen? Das ist es ja, deine Zukunft wird eintreten, weil diese Zukunft immer vorbestimmt ist, es sind aber trotzdem weiterhin deine Handlungen. Da gehen wir in sehr philosophische Bereiche rein. Aber ja, du hast komplett recht, wir haben ja schon oft mit Prophezeiungen hier geredet, aber Prophezeiungen können auch ein zweischneidiges Schwert sein. Sie können auch komplett falsch interpretiert werden. Der Prince that was promised, Jon Snow, hat auch keiner damit gerechnet, dass er jetzt der am Ende derjenige sein wird. Und es wird noch hochgradig spannend werden, falls George R. R. Martin jemals seine Bücher zu Ende schreibt, was daraus wird. Ich habe mir heute nochmal lustigerweise, genau heute nochmal durchgelesen, was denn aktuell mit Winds of Winter ist, weil es irgendeine News dazu gab. Also für alle, die vielleicht nicht ganz im Tiefen drin sind. George R. R. Martin hat eine gewisse Anzahl von Büchern geschrieben, die die Serie sich als Vorlage genommen hat. Er hat aber auch schon immer gesagt, er möchte sieben Bücher rausbringen oder eine Anzahl von Büchern und das Ende. Und zwei Bücher wird er nach schreiben müssen, und zwar The Winds of Winter und Hope of Spring, irgendwie sowas, Dream of Spring. Und dieses Winds of Winter hat er angefangen zu schreiben 2010, nachdem der Dance with the Dragons rausgekommen ist. Und die ersten Jahre danach haben Fans spekuliert, wann kommt das denn endlich raus. Er hatte es vor, schnell rauszubringen. Er hatte es vor, irgendwann vor Ablauf der Serie rauszubringen. Dann hat er gesagt, okay, vielleicht klappt es 2011, vielleicht klappt es 2013. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich 2015 was Finales einreichen werde. Ich werde sicher, dass ich 2016 was Finales einreichen werde. Bis er irgendwann gesagt hat, okay, ich mache gar keine Voraussagen mehr, weil das wird alles eh nicht eintreffen. Und die letzten News dazu waren, dass er so 2022, 2023 zuletzt gesagt hat, dass er wohl drei Viertel des Buches nach dem ersten Gefühl fertig hat. Ein Manuskript von ungefähr 1200 bis 1400 Seiten war es, soweit ich mich erinnere. Er trotzdem aber noch 400, 500 Seiten auf sich zukommen hat. Und er ist, wenn er es vorher hätte entscheiden können, dann hätte er wahrscheinlich alle Bücher vorgeschrieben, weil jetzt rennt er immer wieder in das Problem hinein, dass er halt alles auflösen muss und er das gut auflesen möchte und er in Sackgassen gerät, weil er andere Sachen vorher geschrieben hat und diese Dinge nicht mehr umschreiben kann. Und genau an diesem Problem hängt er, dass er sich an vielen Stellen in Sackgassen geschrieben hat, aus denen er sich jetzt rausschreiben muss und wo er die Lösungen finden muss und möchte. Und dafür muss man ihm Zeit lassen. Er bezeichnet sich eher als Gärtner, der das Ganze beobachtet und so ein bisschen immer wieder stutzt, während er das Ganze schreibt und nicht als Architekt, der vorher das formuliert. Und deshalb dauert es auch schon über 14 Jahre, bis dieser riesige Roman rauskommen soll und alle Spekulationen zum Trotz, weiß man es nicht, ob es in den nächsten zehn Jahren überhaupt rauskommen wird. Kann er aber bei Alex Kurtzman und Michael Schabon nachfragen, wie man sich aus Drehbuch-Sackgassen rausschreibt. Ist nicht schwer. Ist wirklich nicht schwer. Einfach ein kleines Gerät erfinden, das einfach alles löst und Zeitreisen oder sonst irgendwas. Ist nicht schwer. Ist ganz einfach. Oder soll er JetGPT fragen? Er soll sich die Zeit dafür nehmen. Wenn es am Ende gut wird und wenn es seinem Standard entspricht, dann fände ich es ja super, wenn er irgendeine Lösung dafür findet. Aber diese Lösung zu finden, ist wahrscheinlich extrem schwer. Und wenn man jetzt überlegt, da sagt er 1200 bis 1400 Seiten und es sind noch 400, 500 Seiten über und lass uns am Ende vielleicht mit einem 1600, 1700 Seiten Buch rechnen, wo er auch schon angekündigt wird. Er hat jahrelang in seinen Büchern Winter angekündigt und in diesem Buch wird es wohl richtig, richtig, richtig zur Sache gehen. Naja, kann man nur hoffen, dass es besser wird als Staffel 8. Wir sind doll abgeschwiffen von der Vision. In der Vision kommt ja noch Daenerys beziehungsweise eine Schauspielerin, die nicht Emilia Clarke ist, vor. Ah, war das jetzt nicht einfach eine recycelte Szene? Ausgeben von Fronts. So genau habe ich das nicht auswendig gelernt. Okay. Die haben ein paar Interviews nach der Episode haben bestätigt, dass die eine Schauspielerin dafür engagiert haben, die, der sehr ähnlich ist, glaube ich. Die Schauspielerin hat auch wie im Instagram-Kanal auch Fotos davon gepostet. Also sie haben Emilia Clarke nicht dafür zurückgeholt. Es ist auch nicht eins zu eins die Szene, wie wir sie aus der ersten Staffel von Game of Thrones kennen. Sie haben sie schon neu gedreht dafür. Aber dann ist die Dani ja schon sowas wie der Targaryen-Messias, ne? Wobei ich mich ja schon so ein bisschen frage, warum? Also andersrum. Ich frage mich ehrlich gesagt eigentlich nur, was die White Walker damit zu tun haben. Denn mit dem Ausgang und den White Walkers und dem Sieg über den Night King hat der jetzt Dani nicht so viel zu tun gehabt. Der Drache war nutzlos und umgebracht hat den Arya. Ja, das ist das Problem bei dieser siebten und achten Staffel, dass die es einfach nicht hinbekommen haben, weil die Sachen kannten sie nicht. Und das wird genau das Problem bei George R. R. Martin sein, dass er solche Sachen schreiben muss und dass er da hinkommt. Er weiß so ungefähr das Ziel, aber er weiß noch nicht genau, wie er da hinkommt. Also, könntest du dir vorstellen, könntest du dir vorstellen, dass er bei dieser, er ist ja jetzt in der Serie hier involviert, ne? Beim Schreiben. Er hat auf jeden Fall, gibt sein Blessing zwischen euch. Genau. Gibt sein Segen da drauf. Könntest du dir also vorstellen, dass diese Vision sozusagen, also, dass er seine Auflösung der siebten und achten Staffel, also praktisch Wins of Winter, dass die Vision mit seinem Buch dann Sinn macht? Weißt du, was ich meine? Könnte sein. Vielleicht nimmt er das als Chance, um das Serien, den Serien-Lore nochmal ein bisschen anzupassen. Also, dass dann sozusagen die siebte, achte Staffel dann die Kelvin-Timeline werden? Ja, nicht ganz, ist ja abgedreht. Man wird nichts daran ändern können. Nein, 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 nein. Aber dass der Fan, dass der Fan sagen kann, ja, siebte, achte Staffel, da gibt es so zwei Staffeln, aber wenn du wissen willst, wie es wirklich war, lies das Buch. Lies die Bücher. Ja. Und das sozusagen, das wird dann so vergessen, ja, so wie Disney jetzt die Sequels vergisst und man dann einfach sagt, ja, aber für alles, was danach kommt und da werden wir gleich noch drüber sprechen, es kommt ja noch eine Menge danach, da nehmen wir dann bitte die andere Storyline. Mein Gott, ich würde es Ihnen, es wäre auch jetzt ehrlich gesagt nicht allzu schlimm, es muss ja nicht alles sakrosankt sein, was da ist, vor allem, wenn es halt ein Quatsch war und im Grunde genommen eigentlich sowieso keiner mag, ja, aber okay, ich rede ja nicht von und jetzt, bevor jetzt wieder einer kommt, aber bei Star Trek sagt es doch immer, das muss dann nicht sein. Sag ich, ja, aber das sind ja Character-Defining Moments, ja, und die siebte, achte Staffel hatte keine wesentlichen Character-Defining Moments, sondern da haben sich die Charaktere einfach plötzlich für absolutely no fucking reason einfach völlig anders verhalten als fünf Staffeln, sechs Staffeln davor und von daher, wir hatten ja Zeit, ein paar Jahre das aufzuarbeiten, Leute hatten Zeit, das zu verarbeiten, lustigerweise, als wir in Urlaub, in irgendeinen Eintritt, in irgendein Ding reingegangen sind, hatte ich ein Nerd-Shirt an mit Titans, wie heißt sie, Anime-Serie, Attack of the Titans, was ich mal aus dem Überraschungspaket hatte und der Türsteher da, stimmt, war Freibad, Entschuldigung, ich muss mal mir grad die Erinnerung wiederholen, Freibad-Flingern standen wir an letzte Woche, wollten da rein, ich stand dann, weil halt sehr überfüllt war an diesen heißen Tagen, standen wir an der Tür und mussten warten, bis wir dann in die Kasse konnten, der Türsteher, der da vorne war, hat mein Shirt gesehen, hat gesehen, ah, geile Serien, ne, ich meinte, da hab ich noch nicht gesehen, da hab ich aus irgendeinem Überraschungspaket und dann ging er weiter, hast du Game of Thrones gesehen? Ja, hab ich Game of Thrones gesehen, die siebte, achte Staffel war scheiße, ne, da haben sie es ziemlich verbockt und er wollte mir in so einen Dialog da reingehen und so, so einen Impact hat die Serie weiterhin auf das Ganze, dass die, dass die Leute sich ärgern und worauf ich eigentlich hinein raus wollte, wir hatten ein paar Jahre Zeit, das zu verarbeiten und es wird als eines der schlechtesten Serienfinalen für die ganzen Fans, ja in Erinnerung bleiben, aber es hat auch durchaus seine Gründe, sie hatten nicht die Vorlage, sie hatten auch keinen Bock mehr, die waren alle erschöpft, Jon Snow, Darsteller, hat gesagt, die hätten keine Staffel mehr in sich gehabt, die sind drüber gewesen, wenn er sich jetzt die, die Aufnahmen von diesen Staffeln ansieht, von sich selber, sieht er, wie er einfach nur durch ist, also wahrscheinlich ist es besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende gewesen. Ja, wahrscheinlich. Zurück zu Lück, also Damon, der zählt der Rhaenyra von seiner Vision, beugt dann das Knie, einen kurzen Moment, das Zurückhalten gab es noch, aber eigentlich war es ja dann klar und ja, also alles wieder beim Alten, beim Team Black sozusagen, nur mit mehr Drachen und die Drachen will ja die Rhaenyra, Und mit Armeen jetzt vor allem. Ja und mit Armeen auch, genau und die Rhaenyra will die Drachen ja eigentlich als Abschreckung einsetzen, aber der Corlys, der macht dann doch ein bisschen Druck auf sie. Nämlich mal ein kleines, mal sozusagen ein Hiroshima und Nagasaki zu initiieren. Das macht ja vielleicht auch Sinn. Ich meine, die haben zwar jetzt, alle Karten sind bei denen in der Hand, aber natürlich kann dieser Krieg, hatte wahrscheinlich auch Corlys aus seiner Erfahrung, die Angst, dass das ewig gehen wird und dass das Blutvergießen auch ewig sein wird. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum die zwei Atombomben da damals geworfen worden sind. Da war auf einmal zack, der Krieg zu Ende, weil damit wurde die ultimative Zerstörung angerichtet und damit sind wir dann in diese Phase des Kalten Kriegs eingetreten. Und wahrscheinlich ist die, bei Corlys die gleiche Argumentation. Lass uns auch hier lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende wählen. Ja, genau. So ungefähr könnte ich mir das vorstellen. Und vor allem, weil ja auf der anderen Seite auch Helena ja auch sich weiterhin weigert, Drachenreiterin zu werden. Und sie hat ja auch eine Vision gehabt, nämlich, dass der Aemon ja, ehrlich gesagt, a, absichtlich Agen verbrannt hat. Oder vermutet sie das nur, hat sie da eine Vision gehabt? Ihr habt das nicht ganz verstanden. Aber sie hat auf jeden Fall gesehen, dass der Aemon ja auch das Zeitliche in einem See finden wird und, oder segnen wird. Und ja, das wird dann wohl der gleiche See sein, in den dann auch der Daemon reinfällt. Schauen wir mal an. Kann man wahrscheinlich davon ausgehen. Und dann kam noch was. Ach, da weiß ich nicht. Auf einmal kommt Alicent nochmal um die Ecke. Die ist auch irgendwo auf der, eh so, wir wollen alle Frieden-Ecke falsch abgebogen im Wald. Die will nur noch in Frieden im Wald leben. Und ist dann sogar bereit, ihren Sohn Aegon zu opfern, um die Tore von King's Landing zu öffnen. Und, ja, ach, also diese Wandlung von Alicent, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die, die, ach, ich weiß nicht, ob ich die so abkaufe. Keine Ahnung. Ja, sie, sie versuchen hier weiterhin, diese Dynamik zwischen Rhaenyra und Alicent aufrecht zu erhalten. Ja, aber die funktioniert nicht mehr. als etabliert wurde und Staffel 2 auch. Und wir hatten ja schon, schon das andere Treffen. Also, das ist jetzt wieder, der Kreis schließt sich. Erst war Rhaenyra in King's Landing und jetzt ist Alicent bei Dragonstone angekommen. Obwohl es, na, offensichtlich schon zu spät war. Alicent hat Rhaenyra gesagt, es ist zu spät und jetzt kann sie es mit gleichen Mitteln heimzahlen. Ich verstehe diese Szene aus erzählerischer Sicht, warum man diesen Weg gewählt hat. es ist natürlich die Wandlung oder die Motivation des Charakters von Alicent oder der konnte man nicht so sehr folgen wie anderen Dingen. Zum Beispiel dem Lannister in Essos konnte man besser folgen als der Wandlung von Alicent in den letzten Folgen. Ja, und ich dachte halt, wenn sie dann halt sagt, okay, pass auf, a son for a son, dass sie sagt, nee, okay, gut, also, sorry, so haben wir nicht gewettet und dann geht sie, aber nein, sie will ich dann sogar ein und sie kann ja nicht wissen, dass der Egon mit dem Larys abgehauen ist. ich meine, das ist natürlich dann gleich wieder das Potenzial für das nächste Missverständnis, weil wenn die jetzt in King's Landing dann einmarschieren, die Tore offen sind und der Egon ist halt nicht da, dann denkt natürlich die Rhaenyra, sie ist wieder verarscht worden. Also, klar, wer würde was anderes denken? Klar. Ja, also, sagen wir mal so, ich kann diese Motivation durchaus nachvollziehen, dass sie Egon aufgibt, weil sie die Hoffnung in ihre Söhne verloren hat. Weil sie die Hoffnung in ihre Söhne verloren hat. Sie hat ja wirklich alles versucht, sie irgendwie zu überzeugen, hat mit denen gesprochen, hat die wie eine Mutter angeschimpft, hat gefläht und gebettelt, hat alles nichts gebracht, die haben sich ja ihr abgewendet und dann haben wir ja aus den letzten, vor drei Folgen ja diese wunderbare Szene am Small Council von ihr gesehen, wo quasi ihre Welt zusammenbricht, sie eine halbe Panikattacke hat und dann sagt, okay, jetzt ist alles egal. Aus der Sicht ist ihre Wandlung schon nachvollziehbar und aus der Sicht kann ich schon sehen, ich möchte einfach nur hier, dass nicht noch mehr Leute leiden und lass uns den Scheiß einfach beenden. Sie sieht einfach den Horror, den das Ganze angerichtet hat und das Leid, was das anbringt und das möchte sie in dem Fall beenden. Aber ist die Frage, ob sie es mehr für sich beenden will oder ob sie wirklich die edlen Motive dahinter hat. Es kommt einem mehr vor, sie möchte sich für sich den Horror endlich beenden. Also ich kaufe ihr das und das müsstest du mir ja beantworten, aber ich kaufe ihr das als Mutter halt nicht ab. Weißt du? Mhm. Das, ah, weiß ich nicht. Es ist schwierig. Es ist schwierig, es ist schwierig, wenn man sich mal an ein paar schwarze Schafe in seiner eigenen Familie erinnert, wie dann trotzdem die Eltern. Klar, Kinder können nerven, ich verstehe das schon, ja, aber ich weiß es nicht. Na gut, okay. Kommen wir zu großen Abschluss, Abschlussmontage, wo wir nochmal alle sehen und plötzlich ist Otto Hohenturm gefangen. Was ist da denn passiert? Mehr erfahren wir nicht. Wir haben ja nichts von ihm mitbekommen. Richtig, wir haben nichts von ihm gehört. Wir haben ihn einfach abhauen sehen und da ist es, es ist so ein kleiner Reveal, dass was mit ihm wohl passiert ist. Ja, ganz genau. Sir Kraut zieht mit seiner Armee gehen Norden nach Harenhall. Der hat auch irgendwie schon ein bisschen mit dem Leben abgeschlossen, habe ich so das Gefühl. Der ist nur noch Emo drauf, der ist nur noch Emo Kraut. Genau, der ist nur noch Emo Kraut, ganz genau. Corlys kriegt die Quittung dafür, dass er halt seine Bastarde schlecht behandelt hat und der Alan will so gar nicht mit ihm bonden, was ich auch gut verstehen kann, was all die Jahre nicht für nicht da, dann brauchst du jetzt auch nicht ankommen. Und die Starks kommen, gehen Süden, die Lannisters laufen, gehen Norden, ja, Daemon ist bereit, die Marine von Corlys ist bereit, Triarchie ist bereit, die drei Drachenreiter sind bereit, alle sind bereit. und dann dachte ich irgendwie, na, kommt noch mal irgendwie so ein, noch so ein, so ein Ding und dann, ne, und dann war dumm, 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 und war vorbei. Nicht wie beim letzten Mal so drei, vier Enden, ne? Ja, woran mich dieses Ende erinnert hat, ist in der Tat, ich meine, es war in der vierten Staffel von Game of Thrones. Achso, nein, okay. Das Finale der vierten Staffel, da hatten wir ja diese The Children und da sehen wir auch, wie beispielsweise Aria, glaube ich, nach Essos rüber segelt, um bei einem Faceless Man zu trainieren, um da hinzukommen. Da gab es ja auch so einen Zusammenschnitt, dass plötzlich alles mit verschiedenen Leuten da passiert, dass die auf dem Weg sind. Und das hat mich ganz stark an diese Finalszene erinnert. Natürlich ohne, dass wir vorher, wie in der vierten Staffel, die große Schlacht an der Mauer bekommen haben, weil das hatten wir jetzt in dem Fall nicht. Aber das ist eine ähnliche Sequenz gewesen, eine ähnliche Cliffhanger-Sequenz. Da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut an den Rauch tragen. Ja, sie steht so auf dem Bug des Schiffes und währenddessen läuft die, ich glaube sogar die Game of Thrones-Musik, die Titelmusik in einer etwas anderen Anordnung. Ja, an das Bild kann ich mich noch erinnern, aber welche Staffel das jetzt war, weiß ich nicht. Hast du eigentlich nur mal ein Rewatch gemacht, der von Game of Thrones? Hast du das seitdem noch mal geguckt? Seit dem Finale nicht mehr. Ja, okay. Vor dem Finale, vor Staffel sieben, vor Staffel acht, war es irgendwie so Tradition, das ab und zu mal wieder durchzupinchen. Wie es so meist ist, das Ende hat einem dann doch den Rest versauert. So ein bisschen. Ja, ja. Es gibt ein wunderbares Video von Veritasium dazu, diesen Peak-End-Effekt. Es kann etwas angenehm am Anfang sein, solange es am Ende schlecht ist oder im letzten Viertel schlecht wird, versauert es einem das Ganze, weil das irgendwie den Blick auf das Ganze verhaut ist. Ja, vielleicht sträube ich mich deswegen auch vor so einem exzessiven Deep Space Nine-Rewatch, weil das Ende halt doch schlecht ist. Ich fand, das Deep Space Nine-Ende finde ich immer noch gut. Ich muss es noch mal gucken. Ich muss es noch mal gucken. Ich muss es noch mal gucken. Anyway, ja, das war's. 2026 geht's dann weiter. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen. Vier Staffeln sind angekündigt, keine fünfte, aber vier auf jeden Fall. George Orte Martin hat in seinem Blog geschrieben, er hätte gerne für die nächsten zwei Staffeln dann aber jeweils zehn Folgen, also noch 20 Stück und auch ein bisschen längeres Screentime. Okay, hätte ich nichts dagegen, wenn's auf dem Level so weitergeht. Aber jetzt machen die, jetzt wird ja die Game of Thrones, Zitrone wird ja jetzt ausgepresst. Jetzt geht's ja rund nächstes Jahr. Da geht's ja mit Realserien weiter. Auch nochmal, die müssen jedermanniges Budget dafür haben, weil es kommen einige fette Schlachten auf, in der Geschichte kommen einige fette Schlachten auf uns zu. Ja, ich wollte aber ehrlich gesagt auf die anderen Serien raus, die jetzt noch alle kommen, im Game of Thrones-Universum. Das ist ein nebster Jahr. Zum Beispiel, nächstes Jahr kommt Knights of the Seven Kingdoms, das ist die Geschichte von Ser Duncan Eck und die spielt nach House of the Dragons, aber vor Game of Thrones. Da hab ich, das ist eine Geschichte. Dann ist Aegon the Conqueror ist in Pre-Production. Da geht's also um den berühmten Dichter oder ersten König, der Westeros erobert und auch die Vision dann von Eis und Feuer. Dann die Serie Ten Thousand Ships über Prinzessin Nymeria von Dorne und die Eroberung von Dorne. Plus eine noch nicht weiter genannte Serie und man munkelt, das könnte um die Rebellion von Robert Baratheon gehen. Man munkelt. Und dann kommt noch Animationsserien. Wusstest du das? Das wusste ich nicht. Ja, das wusste ich auch, dass die eine Animationsserie planen. Zwei Stück sogar. Es gibt eine, The Sea Snake. Da geht's um den jungen Corlys und seine neuen Reisen in Essos. und The Golden Empire auf Yi Ti. Das ist sozusagen das China von Essos. Das wird auch eine Animationsserie werden. Und das hatte ich gar nicht mitgekriegt, dass die Jon Snow Serie, dass die gecancelt wurde. Die ist raus. Ja, beziehungsweise da sind sie zu keinem Punkt gekommen, wo es wert gewesen wäre. Also das war auch so das Letzte, was ich sehen wollte. Ja, das meinte ich bei den ganzen anderen Sachen, die ich eben gesagt habe, wo der Schauspieler Kit Harington meinte, sah ja scheiße aus in der Staffel und war froh, dass das alles vorbei war und nicht noch eine Staffel dazu kam. In diesen ganzen Interviews hat er nämlich auch gesagt, ja, die wird nicht passieren. Wir haben jahrelang versucht, irgendwas da auf die Beine zu stellen, aber wir haben am Ende keine wirkliche Story dafür gefunden, die das wert gewesen wäre. Und das ist völlig in Ordnung. Also es sind ja, glaube ich, irgendwie insgesamt sogar acht Projekte in der Planung oder im Development. Ob alles davon was wird, ist die Frage hier. Dieses Knight of the Seven Kingdoms, das dreht ja schon. Aegon's Conquest ist in Entwicklung. Das heißt aber nicht, dass die noch rauskommen wird. Sea Snake, Nine Voyages, auch in Entwicklung. 10.000 Ships in Entwicklung. Snow, Cancelled, Golden Empire, TBD, also weiß man auch noch nicht wirklich, was daraus wird. Blood Moon war eine Serie, die gecancelt wurde. Flea Button wurde gecancelt. Roberts Rebellion ist der Status eher unbekannt, was daraus wird. Also HBO beziehungsweise Warner habe ich eben schon gesagt, die werden jetzt auch aufs Geld schauen und gucken, was ist es wert und was ist es nicht. Und so eine 10.000 Ships Serie könnte vom CGI Budget doch schon sehr teuer werden. Ja, wahrscheinlich. Es bleibt also auf jeden Fall spannend, Game of Thrones Universum und es bleibt aber auch interessant bei uns hier bei Game of Nerds, denn nächste Woche beziehungsweise ein, zwei Tage später, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen auf einmal kommen, ob das auch wieder so ein Multistart ist, geht es ja schon weiter mit Herr der Ringe, die Ringe der Macht, Rings of Power, Power of the Rings bei der Macht von Greyskull. Sie sind wieder da, da ist eine Menge gut zu machen, 38% Audience Score, auch wir waren, wir haben es ja damals sozusagen im direkten Vergleich mit House of the Dragon geguckt, damals waren die ja noch so verrückt und haben das zeitgleich laufen lassen, das ist in dieses Jahr nicht mehr passiert, also natürlich sind wir dann für euch da, wenn drei Folgen am Stück veröffentlicht werden, am 29.8. ist das soweit, also wenn ihr euch das am Wochenende reingezogen habt, dann schauen wir mal, dass wir das am genau 2.3. September oder sowas irgendwie besprechen werden für euch und wieder ganz genüsslich und feingliedrig aufarbeiten und bis dahin hört doch einfach nochmal rein in diese letzten Besprechungen, die wir hatten und übrigens hier ist das Fenster offen, weil es sehr warm ist, deswegen knatternd hier noch ein paar Stinkermotoren vorbei, das ist das Einzige, also ich habe ja inzwischen meine Liebe zum V8 durchaus gewonnen, ja einige werden jetzt wieder Schnappatmung kriegen, aber ich sage ganz ehrlich wenn das so für den Alltag hier so elektrisch vorbeisäuselt, das fände ich auch gut, bevor wir aber dieses Fass aufmachen, lasst ihr bitte eine Bewertung da bei iTunes, Podcast Addict oder bei Spotify, dort könnt ihr überall, fast überall kommentieren, ihr könnt uns dort Sterne hinterlassen, gute und schlechte Bewertungen und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an info at nerdizismus.de ihr dürft gerne auf unseren Discord kommen, nerdizismus.de slash Discord, ihr dürft euch natürlich auch ein T-Shirt, eine Tasse oder ähnliches schießen unter nerdizismus.de slash Shop, ihr dürft euch auf jeden Fall den 31.10. ankreuzen, wenn die nächste Nerdikrismus Live-Show in der Halloween Edition stattfinden wird, im Rabbit Hole Theater und natürlich dürft ihr auf jeden Fall auch eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp schicken an die 01525 964 7709 und in diesem Sinne vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Michael Mail auch dir, dann bis nächste Woche zu Rings of Power und gerade eben hast du noch so reingehuscht, so Lower Decks, Lower Decks, ja. Ja, letztes Staffel, wir sind ja nicht so fleißig gewesen bei Lower Decks, aber vielleicht können wir dann die Serie im Ganzen besprechen. Irgendwie sowas, also in diesem Sinne, macht die Tür und bis dann. Tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums. Untertitelung des Podcasts